Die teuflische Hand der Wissenschaft wagt ein neues und gefährliches Experiment. Auf den Körper eines Jungen wird der Kopf eines Pferdes gesetzt und ein neues, tödliches Monster ist geboren. Horsenstein Das ist das Dorf Jaiwigsens, der Ort, an dem die tödliche Bestie ihr Unwesen treibt. Hast du es gehört? Das ist Horsenstein. Wir sollten gehen. Mumpitz, den gibt es gar nicht. Oder der Kopfvernden. Da ist das Dorf Jaiwigssüs. Was hast du? Nicht mehr lange Dean rumso noch. Bald ist sie vollständig. Ferdinand, du lebst. Er lebt. Er lebt! Tom Hillmann als Dr. Forrester. Tom Hillmann als Horstenstein. Lynn Johansson als Anne. Und Mika Rau als... Check Tickets, es kommt seit Jahr. Ich möchte mir eine Frage stellen, wegen Horstenstein.